Jetzt zeige ich euch, wie man bei diesem Agenten Bubble eine Zufallszahl setzt und dass sich diese Zufallszahl in einem Farbspektrum abbildet. Dafür brauche ich auf der rechten Seite zwei Befehle und zwar lege den Wert fest und ich brauche Bilder ab, diesen Wert zu einer Farbe. Das Ganze geschieht in der Methode, nicht in der While-Running-Methode, das soll sich nicht laufend ändern, sondern ich möchte das gerne dann tun, wenn der Agent instanziert wird. Also ich brauche eine neue Methode und zwar verwende ich die Methode WhenCreatingNewAgent, dann brauche ich zuerst eben diesen Befehl legeValue. Ich habe hier schon vordefiniert, also man kann hier eine neue Variable setzen. Ich habe die Variable Wert schon definiert und sage jetzt, dieser Variable Wert soll den Wert random für Zufall, Klammer auf, 1000 erhalten. Gleichzeitig, das ist ganz wichtig, das muss in der gleichen Regel passieren, sage ich, bilde doch diesen Wert, eben nicht Value, sondern diesen Wert ab und zwar könnt ihr selber ein Farbspektrum, zum Beispiel von Dunkelblau bis Weiss. Okay, und jetzt mal hier ändere ich den Wert auf 1000. Gut. Also das bedeutet nun, wenn ich das übersetze, könnte das hier auch noch reinschreiben, setze einen Zufallswert. Wenn ich jetzt hier meinen Agenten zeichne, dann kriege ich hier diese farbigen Agenten, die eben diese Zufallswerte irgendwo zwischen 0 und 1000 haben.